Diese Stadt will uns bedrängen, denn all die Gassen sind zu eng Für mich und meine Elefanten-Gang Ich hoffe ihr seid im Bilde, dass wir jetzt in Ramm sprengen Und wir lassen alles brennen, bis ihr diese Stadt nicht mehr erkennt Es gibt nix, das ihr machen könnt, also renn, motherfucker renn, motherfucker renn Wir sind 2plus aus Mannheim Ich bin der Jan, Rapper und Texter der Band Ich bin Momo, bin auch Texter und Rapper und produziere außerdem sehr viel Yo, ich bin der Joe und ich spiele Drums und mache nebenher so ein bisschen das DJ-Ding Und ja, helfe jetzt hier bei der neuen Album-Produktion mit Also 2plus gibt es ursprünglich schon ziemlich lang Also das Team von Mo und mir, das gibt es schon seit 2004 Also wir haben damals in Tübingen zusammen angefangen zu rappen Haben uns dann den Namen 2plus gegeben und der Joe ist dann erst hier in Mannheim zu uns gestoßen Ja, so lange ist es noch gar nicht her, also vor einem guten halben, dreiviertel Jahr, denke ich mal Also es hat sich alles eigentlich echt super entwickelt Eigentlich hat es mir sogar viel mehr Spaß gemacht als im Jahr davor sogar noch Klar, da gab es auch geile Erlebnisse und coole Konzerte gespielt Aber gerade diese Ägypten-Sache war halt einfach was Besonderes Damit haben wir erstens nicht gerechnet und zweitens hat es irgendwie alle Erwartungen übertroffen Ja, weil man da einfach was mitmacht, was man hier zumindest jetzt in unserem Status noch nicht mitmachen kann halt Weil die Leute da einfach so unfassbar geflasht von dir sind und du halt irgendwie der Man bist Und die Konzerte hier, die wir mit Joe zusammengespielt haben und mit Betty und Julius, unsere Backing-Sänger und Sängerin Ja, waren einfach auch geil, wir hatten echt viel Spaß und auch drumherum um die Konzerte einfach super viel Spaß gehabt Weil wir einfach gemerkt haben, dass wir ein richtig gutes Team sind Ja, das ist eine gute Frage Wir wollten eigentlich glaube ich schon viel früher damit anfangen mit der Produktion jetzt für unser kommendes Album Aber dann kam diese Ägypten-Reise, dann kamen die ganzen Konzerte, dann kamen irgendwelche andere Veranstaltungen da Ja, da kam man dann irgendwie nicht richtig dazu Deswegen nehmen wir uns ja jetzt auch ganz konkret Zeit, dass wir nichts anderes machen können außer dieses Album Also wir fahren jetzt direkt nach der EP, wenn die EP rauskommt, fahren wir nach Österreich in ein Haus und schließen uns da ein Und dann werden wir schön fleißig am Album arbeiten Richtig schön, alle zusammen, mit abends grillen und was weiß ich was Ah, auf jeden Fall, also wir nehmen den Joe auch mit, auf jeden Fall Das ist ganz wichtig, wir kommen zu dritt dann in diesem Haus an und werden uns da unser kleines Studio einrichten Aber so viel grillen werden wir da nicht, wir werden schön arbeiten, hoffentlich zumindest Ja, also jetzt voraussichtlich werde ich halt viel Groove-Arbeit machen Also einfach Grooves designen und dann viele Sounds designen Und dann werde ich genauso wie Jan jetzt bei der Produktion mitteilen Ist einfach Momo irgendwie Ratschläge geben und so Weil er einfach Momo ist so der Produzent Jan macht voll das Texting Ich werde mich da in die Groove-Geschichte reinhängen Aber Jan und ich werden halt genauso Momo Ratschläge geben Also wir haben auch schon überlegt, ob wir da so groß wortwitzig sind Diese Buchstaben E und P hervorheben und so Was uns dann im Endeffekt doch irgendwie wieder ein bisschen zu doof war Deswegen heißt es jetzt einfach Epileptik Aber natürlich mit dem Hintergedanke, dass dieses EP am Anfang für EP stehen könnte Klingt, finde ich auch einfach gut Es werden jetzt fünf Tracks sein, die einfach im letzten dreiviertel Jahr so entstanden sind Wo wir einfach dachten, ja lass es zu einem Paket zusammen schustern Es passt vorm Sound irgendwie zusammen Es werden Leute wahrscheinlich schon kennen, die im Sommer auf unseren Konzerten waren Also da wird der eine oder andere Song schon bekannt sein Es geht sehr in die elektronische Richtung Es ist so ein bisschen Vorreiter für unser Album 2013 Ja, es wird was Großes Es wird ein bisschen subtiler als das, was jetzt rauskommt Die Epileptik EP Vermutlich auch ein bisschen reifer Wir werden ja auch älter Es war eigentlich schon ein Ziel bei der EP so ein bisschen erwachsener zu werden Was aber in die Hose gegangen ist So sind wir halt Aber hoffentlich schaffen wir das auch mit dem Album Und ja, auf jeden Fall auch experimentell und viel elektronisch auch dabei Und ja, mit diesem Live-Drum-Einfluss Um da ein bisschen mehr Lebendigkeit reinzukriegen Was vielleicht bei vielen anderen Bands dann nicht der Fall ist Also so in der Art Auf jeden Fall dieses Perkursive Was wir halt einfach dadurch, dass wir jetzt einen Drummer dabei haben Dass wir einen Joy jetzt dabei haben Müssen wir das natürlich ausnutzen Dass die Grooves lebendiger klingen als programmiert Dass das viel Percussion dabei ist Es wird aber trotzdem elektronisch bleiben Weil das halt einfach die Musik ist, die wir zur Zeit feiern Aber es wird so ein Mix sein aus elektronisch, organisch und perkursiv Ja genau, also die geballte Power aus drei kreativen Köpfen einfach Also einfach wollen wir es euch nicht machen Das müsst ihr schon selber herausfinden Also wir sind eigentlich davon überzeugt gerade noch Dass wir das bis Mitte, Ende März schaffen Aber das wird auf jeden Fall eine ziemlich harte Arbeit Und ich weiß auch nicht, ob wir nach dem Österreich-Aufenthalt Immer noch so überzeugt davon sind, dass wir das dann im März fertig haben Aber werden wir sehen Wir haben viel zu tun Es stehen auf jeden Fall Gigs an Es sind ein paar noch nicht hundertprozentig sicher Also einen kann ich verraten Das ist der siebte, zwölfte Da spielen wir mit Typ Turbo Im Franz K. in Reutlingen Und da sind wir noch an ein paar anderen Dates dran Aber da könnt ihr auch einfach unsere Seite angucken Und das verfolgen Auf zeitplus-music.com Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal